Herzlich willkommen bei den deutschen Beachvolleyball-Meisterschaften am Timmendorfer Strand. Timmendorfer Strand ist eben Kult, das wichtigste deutsche Turnier und emotional ganz groß aufgehangen bei den Spielern. Wenn man das einmal gesehen hat, dann zieht es einen immer wieder hin. Das ist einfach immer eine recht coole Atmosphäre, es gibt geile Rallys, es gibt einfach einen Supersport zu sehen, es gibt athletischen Körper zu sehen. Timmendorf, die Spieler, die Spielerinnen, das Feeling, einfach klasse. Jedes Jahr wieder. Lauer und Kira gehören bei den deutschen Meisterschaften mit zu den Favoriten, weil sie super zusammenfalten, eine ganz tolle Ausstrahlung haben und in diesem Jahr eine richtig tolle Qualität entwickelt haben. Timmendorf, 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 Zimmendorf und Katarella. Ja! Wunderbar, unglaublich, tolles, tolles Splash, ohne Satzverlust gehen die das Ding durch. Gleich liegt's am guten Sponsor, man weiß es nicht. Das war ein supergelles Wochenende. Vielen Dank für die Unterstützung. Danke an das Sox-Team. Danke fürs Daumenbrücken und wir freuen uns auf nächstes Jahr.